Hallo und willkommen zurück zu Pillars of Eternity und wir werden dieses Mal die Great Hall säubern vor den von den Geistern. Shadow. Hey. Wir gesehen haben. What? Hey. Ist Feuer extrem gut. Auf deinem Wort. What? Hi? Hey. Seid ihr Lied. Hm. So. Dann wollen wir mal. Hm? Ein bisschen uncool ist, dass die da so... Wir stellen uns hier mal rüber. Ja. Following your lead. What? Hm? Of course. I? So. 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 Lava. Hey. Barobio. How may I help? Duncy. Seek. Hey. Yes. Hey. Gucken wir mal, ob das alle sind. Ne, der Feuerball ist auf jeden Fall schon scheiße geflogen. Und da muss ich auch alle Zauber wieder rausknallen. Sonst wird das nichts. Okay, also Feuerball dahin oder wir hauen den da drauf. Okay. So, jetzt kann der erstmal wieder die Treffsicherheit erhöhen. Der hat gesessen. Sehr gut. Wechsel. Aber lauf doch nicht da rein. How may I help? So, du darfst da, der ist gestunnt. So. Lauf. Da ohne. Oh, da ist er geplatzt. Na gut, den haben wir halt wahrscheinlich wieder ziemlich fies mit dem Feuer erwischt. 21. Ja, da muss ich aufpassen, dass wenn ich die Waffe wechsle, dass ich den direkt wieder sage, dass der sich nicht bewegen soll. da ist er. Ja. Hey. Ja? Hm? Ey Er ist extrem scheiße geflogen Müssen wir auf jeden Fall weiter rechts ziehen Oder halt erst später Losballern Yes Hey How may I help Yes What What Following your lead Yes There has to be a shot in ported Greifen wir den mit Blenden an Der darf mal ein Schild in die Hand nehmen Der wechselt aufs Schwertchen Und der Der wechselt auch mal auf seinen Stab Und läuft näher ran Kann hier jetzt die Heilaura machen Der macht ein Feuerschen Na das war nichts Den habe ich Zu spät oder falsch gesetzt Den hätte ich Das ist der Zauber der war unnütz Der wäre niemals dazu gekommen How may I help How may I help Indeed Hey All right then Ach, shit. Okay, gut gepullt. Das war nicht. Ja. What? Following your lead. What? What? So. Okay. Verfehlt, verfehlt, verfehlt. Da, einmal sieben Schaden. Das war nichts. Und den Dingscast muss ich wieder früher machen. Accuracy. Huh? Hi? Hey. All right, then. How may I help? Oops. Huh? Lava ru... Wey wey sel mees meytu. Wey on seek. What? What? Und... Accuracy. Feuer. 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 Hm. Feuer. Yes? Cut! Cut! Feuer? Hm. Yes? What? Hm. Yes? What? Hm. Let's go a little further. Hm. Ah. So. Following your lead. Grace is Phantom. Mrs. Shadow. Hm. Following your lead. Is me stunned, deshalb kommt da nichts. How may I help? Following your lead. Der wird von zwei Leuten angegriffen und kann das nicht überleben. Hm. Echt ganz einfach. Hi. Why? Hey. Of course. Of course. How may I help? How may I help? Following your lead. The way may sail me to. What? Accuracy. Come prone. Wir können auch das hier mal ausprobieren. Ja. Hey. Oh, der hat aber auch fies gesessen. Ja. Hi. Machen wir mal. Ja. Hey. Don't leave it. Den hat sofort zerfetzt. Shadow haben wir fertig. Im, äh, Dings. Bestiary. Ja. Ja. Following your lead. What? Hey. What? Na gut, der braucht die, muss die Heilung ja auch setzen. Machen wir lieber hier so ein Absorb-Dings drauf. Ja. Mh. Man kann hier leider nicht mehr sehen, wo der sein Feuer-Dings hincastet. Ja. Geh mal da lieber mal aufs Seite. Hey. Ah. Den können wir auf jeden Fall angreifen. Fünf getroffen. Ne, ähm, zweimal getroffen. Zwei daneben, ein gegraced. Na super. Ich denke nochmal. Ja. Der will da rum irgendwie zu denen hin. Ja. Auf deinem Wort. Schmerz. Dann nochmal den. Da. Hey. Hm. 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 Machen wir. Ja. Ja. Der läuft wieder zurück. Ja. 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 Ah, haben wir wieder den eigenen umgebracht mit 44 Schaden. Das sah gut aus bis dahin. Vielleicht hätte ich das gar nicht machen dürfen. Ich muss diesen Fan of Flames ein bisschen vom Tank weghalten. Wie kann ich helfen? Auf deinem Wort. Hm? Okay, dann. Wie kann ich helfen? Hey. Der hat gesessen. Hi? Kann er direkt diesem Fan hinterherkasten? Hey. Ah. Ah, den hatte ich direkt machen müssen. Den haben wir direkt zerlegt. Okay. Yes. Okay. Almost. Interrupted wieder. Following your lead. Hi. Don't die. Shhh. Zurück, pettin. Check what's on. Hm? Oh. Absorpt. Yeah. Ja. 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 Fan of Flames. Zwei gegraced. Die blockieren sich alle gegenseitig den Weg. Batter. Weg. Wut? Wut. Jakob ist? Wartig! Ich sehe nicht, wie der das jetzt überlebt, da. Durance ist fertig, der macht jetzt hier noch einen. Zweimal daneben. Elos. Ah. Hm. Na, es passt schon, aber... Na, da ist er wieder down. Der ich die Heilung vor dem Absorbcasten sollen, denke ich. Hey. On your word. Hey. Of course. How may I help? Hey. Hi. Hey. Lava road. Wait, wait, sail, miss me too. Be on seek. Hm, na, okay. Ist nicht so gut, aber... Der wartet da erstmal, bis sein Cooldown abgelaufen ist. Den Shadow haben wir getroffen. Yes. Hm. Hm. Aggressie. Hey. Miss, miss, miss. Grace, Grace. Ja. Hi. Phantom ist kaputt. Die lasse ich dieses Mal hin. Wie kann ich helfen? Wobei... Den stelle ich minimal nach vorne. Ach, der kann auch wechseln. Mit dem passt es schon. Aber der darf nicht weiter laufen. Was? Was? Dick. So, der ist durch. Was? Dann kann der jetzt... die Heilung casten. Ja. Was ist das? Angriff. Yes. Rough. Okay. Fragend. Zwei Miss, ein Grace, ein Hit, okay. Near Death. Ja? Hm? Wie kann ich helfen? Was? Ah, es ist schon wieder umgefallen. Wer dieses Mal, der... Die Heilung muss ich vielleicht noch schneller casten. Ich mein, es geht alles so verdammt schnell hier. Ich bekomm ja noch nicht mal mit diesen Chans das dreimal aufgeladen, dass ich da irgendetwas beschwören kann. Hey. Hm? All right, then. Yes? Also, der... nach da... Hey. Angriff. Lava-Ru... Wechsel zurück, du da hin. Du darfst direkt casten. Hm. Ah, den haben wir aber ganz verfehlt. Deshalb wird das auch schon fast nichts werden können. Okay. Bring it! Oh, der hat aber dafür gesessen. Ah. Yes? Hm. 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 Noch cooldown. Hm. Da, den... Du bist so... Ross. Drei Miss, ein Grace, ein Hit. Ja, wenn sie treffen, dann treffen sie gut. Aber... Dorky! Was? Hör! Hm? Hör! Yes? Umgefallen. Ah, der darf da auch nicht so viel abbekommen. Das war mal wieder gar nichts. Und da habe ich das... Ich gucke mal, wie die Schüsse jetzt sind, aber wahrscheinlich kann ich das direkt laden. Wie kann ich mir helfen? Was? Na, das war ordentlich. Hey. Der kommt halt auch zu gar nichts. Er kriegt seinen Angriff nie rausgeladen. Ja. Wie kann ich helfen? Ah, der... Hm? Ja? Ah. Warpfu... Hm. Eingrace. Ich glaube den einen, äh, das sind jetzt hier zwei und da sind noch zwei. Allerdings nur noch Phantome, das sind glaube ich die kleineren von denen. Die wissen nicht so wirklich, was sie tun sollen da hinten. Der ist durch. Heilung. Nee, der kriegt zu viel Schaden ab, der dämliche Krieger. Und vor allem, den kommt ja auch zu nichts. Ich meine, ich könnte ihm zwar hier dieses Heildings da geben, aber, ähm... Das Problem ist, dass der die ganze Zeit so hart angegriffen wird. Hm. What? Ja. Deflection plus fünf. Hey. Okay. Huh? Machen wir das mal so. Hm? Hey. All right, then. How may I help? Lava Rubio... Don't seek. Wait. 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 Sayl is maybe. So, dann kommt mal. Das war schon mal nichts. Verfehlt. Und dann haben wir den, der darf... Accuracy erhöhen. Accuracy erhöhen. Hm? Zwei Phantome getroffen. Naja. Den einen Typen auch verfehlt am Anfang. Ja. Following your lead. Yes. Hm? How may I help? Ah. Hm? Hm. Der hatte getroffen. Hm. Okay. Hm? Hier. Yes. Waffenwechsel. Hm? Der hat genug verloren, dass sich das jetzt lohnen würde. Aber der kommt halt nicht mehr aus dem Stun raus. Da ist er wieder umgefallen. Ja, der Stun ist das Böse. Hey. Oh, da lässt sich auch nichts machen. Was ich machen könnte, wäre, zu gucken, ob ich die mit diesem Siegel auf dem Boden prone bekommen kann. Okay. Okay. Okay, dann. Wie kann ich dir helfen? Was? Ich weiß aber nicht, ob das nur einmal so ein Ding ist, oder? Das hatte sich zumindest so angehört. Oh, der hat gesessen. Sehr schön. Nee, elf Sekunden. Hazard AOE prone. Probieren wir das so, dann habe ich natürlich diesen AOE-Heal nicht. Oha, das hat gesessen. Hm. Hm? Wie kann ich mir helfen? Auf deinem Wort. Okay. Ah. Eder ist gestunkt. Ja. Durens ist fertig mit irgendwas. Da hatte ich aber schon eine Frage gegeben. Oder Thun Roth. Hm? Zwei Mist, ein Greys. Na ja. What? Hey. Nicht ganz optimal. Ja. Ja. Gut. Machen wir mal. Sehr gut. Ja. Okay. Der steht wo? Da oben. Wir brauchen den da unten. Hey, wie kann ich dir helfen? Ich? Was? Ja? Hm. Hm. What? Heilung Der könnte auch mal was tun Sehr gut Wieder geheilt Der ist geblindet Kaputt Und der noch Aloth fertig Drauf Er hat nichts mehr Wechseln Angriff Der hat zwei Chance Und kann der immer noch nichts casten Äh, Aloth ist fertig Na, passt Na, das war ja einfach Speichern Oh, da haben wir noch einen Kein Wunder, dass das so einfach war Ähm Gehen wir mal ein Stück zurück Aber gut, ein Einzelner kann nichts Hey Hm How may I help Ups Following your lead So Nachladen So All right then How may I help I shall Huh Sure Sure Following your lead What Angriff Wait Wait Sail Mace Mace Es hat keiner getroffen Hey How may I help How may I help How may I help Yes I love Yes Hey Gut, da kann halt nicht viel passieren Steward As you come to the end of the great hall You perceive an inviting warmth Radiating from a grand throne Wrought out of marble Its masterful artistry Out of place Admits the cast Its more practical stonework The veiled face of a woman Is carved above the throne's backing Watching over the room With hollow eyes At your approach You feel the warmth Fluctuate As though staring A voice rings out Of the carving Per A meeting of the fortress Through stone Stone and air Another watcher Another watcher in Kadnuwa Glowing very brightly Indeed To these eyes What strange happenstance Who's that speaking Who's that speaking I'm sorry if I startled you I'm afraid my manners Have been slipping I haven't had much opportunity For introductions lately In any case I assume you're here Looking for Mewald Are you imprisoned In the throne? Imprisoned? At times it feels that way I suppose But it's more that I Reside here The throne was brought up From the ruins One of the first things They found As a last favor To a dying woman The earl arranged for me To be moved into it Audra is an accommodating Vessel for a soul Oh, it's not as confining As it seems I can feel the whole keep From here And all things That are tied to it There's something About this throne And its construction Or maybe it's something About this place He was a great man He came here one day Young with long hair And polished armor And he banished The dark things That had come to lurk In this place After centuries of neglect He could see The beauty of this place The way it had been So he claimed it for his own When no one else would take it We worked together To restore it But he began to grow distant Some time ago He never told me why He retreated deeper And deeper into the keep Never leaving Sending servants for food Hiding himself from my sight The restoration stopped Now to look at the place You'd never know The progress we'd made In most places It's worse than it ever was And all I can do Is watch it crumble around me I can feel his presence faintly Somewhere deeper inside the keep But he uses his gifts To confound me And my senses are dulled While he does so I only wish I could know his mind Take care in your search Many dangers lie in wait here All right then I shall be quiet as a calm sea Which is Not very quiet Nix There's my little soldier Been out playing soldier again Have we? Go wash up and come help me Shuck these peas Dirty mutter Mother She turns from you Long enough to produce a basket That like her Is shimmering And semi-transparent And no complaints You've got to eat Your vegetables If you want to grow up Strong and be a real soldier One day Just like we agreed Right? She watches you Out of the corner of her eye What are you talking about? Soldiers are important people They defend the weak And punish the wicked You're too young to understand now But there are lots of wicked people People like the man who murdered your father Remind me what happened to my father Before you were born The Glanfathans attack settlers like us They said we'd knocked over Some of their special Audra rocks That's why they call it The Broken Stone War They got very angry And so they came into our villages And killed many people Your father was one of them Hmm That's what I said Her voice is low and hoarse And her hand is frozen over the basket Something Something dark and empty Clouds over her eyes That's why you will be a soldier one day To protect And to avenge Why don't you go back out and play I'll finish up here Okay Also wir haben Hier Zwei Türen Gehen wir einfach mal hier rein Ein Phantom Ist das nur einer? Hallo Hallo Wae Seilmess Me To Da ist alles Alle What? Naja das wird jetzt erst recht nicht funktionieren Huh? Huh? Yes? I? On your word Hmm How may I help? What? Oh Der ist faszinierbar Ah Der da What? Oha Das sieht doch ziemlich gut aus Following Following your lead Almost Hey Hey You die andere weg? Yeah Hey Leave it How may I help How may I help? Hmm Oh my god Oh my god KOW Schmerzen Hmm Gut Ja Wieso hat das so gut funktioniert? Spiders Spiders have taken up residence in the empty shells Okay Okay The prince's fire cast light in dark places Hmm 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 Eine Bibliothek Naja Wenn hier irgend sowas versteckt ist Dann sehe ich es jedenfalls nicht Dann gehen wir die Treppe mal hoch Aber das machen wir dann erst nach der Werbung im nächsten Teil Bis denn Hmm Hmm Hmm